Karneval am Freitag beim Bayern Medizin-Check. Kommt es zum Blitzdebüt im Supercup? München, einem Bericht zufolge hat der Münchner Traumstürmer Harry Kane, 30, am Freitag seine medizinische Untersuchung beim FC Bayern bestanden. Der Fernsehsander Sky berichtete am Freitagmorgen, dass der 30-Jährige am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig spielen könne. Nach Informationen von Sky und dem Portal The Athletic unterschrieb Karne zuvor einen Vierjahresvertrag beim Deutschen Meister. Der einwöchige Transfer des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft scheint endlich zu Ende zu gehen. Kane's Ex-Club Dorton im Hotspur und der FC Bayern hatten sich zuvor auf eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro geeinigt. Später berichteten einige Medien, dass der Kapitän des Reliance zögerlich war, sich auf München festzulegen. Über Nacht berichtete die Athletic über die Verpflichtung des Torschützen, berichtete auch Sky. Laut Medienberichten möchte Karne seine Zukunft vor Beginn der Premier League-Saison an diesem Wochenende geklärt haben. Update, 9.41 Uhr, Dorton im Verbietet Karne den Abgang am Freitagmorgen berichtete der Sportportals Sky, das der Londoner-Club erneut verhandeln wolle. Karne, der angeblich am Flughafen angekommen ist, muss noch auf grünes Licht warten.